Ja, moin moin! Ich wollte beinahe sagen Sonntag, aber es ist jetzt Montag, der neue Sendetermin SolduriTV. Und wir wollen keines kurzes, knackiges Video machen, SolduriTV am ersten Montag der SolduriTV-Geschichte. Wir sehen uns gleich nach dem Intro und dann schauen wir mal, was wir heute so haben. Ja, da ist er wieder zurück. Ja, wir machen jetzt am Montag weiter. Und zwar ist das am Wochenende immer ein bisschen krampfig, ein bisschen stressig, das Video noch hinzukriegen. Ich mache das meistens Sonntagnachmittag, so im letzten Moment. Montags ist ein bisschen der schlauere Termin. Daher der Wechsel auf Montag gegen 21 Uhr werden wir das Video immer hochladen und beginnen damit exakt heute mit diesem Video. So, was haben wir auf dem Zettel? Gar nicht so furchtbar viel. Wir latschen erst mal durch unseren Facebook-Account. Schauen da einfach mal rein, was wir haben. So, wir gucken mal. Fünf Tage zurück. Wir haben ja jetzt zwei Wochen kein Video gehabt. Also von daher haben wir aber gar nicht, jedenfalls was Facebook angeht, gar nicht so furchtbar viel verpasst. So, wir haben einmal vom Gaslands-Spiel gepostet. Wieder ein paar schöne Bilder von umgebauten Matchbox-Autos. Das sieht ja auch wild aus, das Ding. Vorverlagerte Achsel. Was sitzt denn da hinten? Ach, das sind Flaschen. Das sind Molotow-Cocktails auf der Rexits-Bank. Wie geil ist das denn? So, was auch immer das sein will. So, Bug, Patrol, auf jeden Fall schönes MG unter einem Marienkäfer. Auch witzig. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Dieses Auto, warte mal, ich greife, ich grabbele mal kurz. Ich glaube nämlich, der Kollege wartet hier auch noch. Das müsste, das könnte, ist der das? Nee, der ist, glaube ich, hier ein bisschen gejobbter. Den will ich noch mal umbauen zu einem Gaslands-Auto. Mal gucken. Aber Ähnlichkeit ist da, ne? So, wenn man so hinten, so hinten guckt, das ist die Heckpartie. Die Scheiben sind ein bisschen flacher. Also, das ist ein bisschen gejobbt hier, das Ding. Naja, wir schauen mal. Aber so richtig, die Idee ist mir noch nicht gekommen. Ich muss auch nochmal nochmal Bits gucken. So, auf jeden Fall zwei nette Autos. Gefällt uns sehr. Oh, das ist schwer zu erkennen. Irgendwie. Ist das ein Doppeldecker? Nein, das ist irgendein Aufbau, ne? Sieht auf jeden Fall wild aus. Alte Feuerwehr, oder was ist das? Sieht fast so aus wie eine alte Feuerwehr. So, und den anderen hier mit dem dicken Motorblock, den kann ich irgendwie so gar nicht erkennen. Den Ferrari, ich glaube, den kennen wir aber schon, ne? Auf jeden Fall schön die Laserpistole oder das Lasergewehr von der imperialen Armee oben auf dem Dach. Ja, wie gesagt, es muss gar nicht furchtbar aufwendig sein. Das sieht ja auch völlig wild aus, das Ding. Sehr futuristisch. Die Muzzlecars hier, die gefallen mir sehr, schön, einfach, einfach eine Kanone auf der Motorhaube. Das hat doch was. Ich finde, zu amerikanischen Autos passt das halt auch immer, ne? So, dann großer Spieltisch. Ich glaube, sonst spielen sie kleiner, ne? Ist auf jeden Fall richtig groß. Die Matte gefällt mir auch ganz gut. Ja, das zu dem Thema. Das war einmal Full Thrust. Äh, hier Full Thrust, da ist schon Gaslands. Dann gab es natürlich wieder X-Wing High Aces oder Aces High. Weiß ich jetzt nicht wirklich, was das ist, aber wahrscheinlich geht es eher um so Elite-Piloten oder sowas. Jeder ein Flieger oder was? Ich weiß es nicht. Reine Mutmaßung. Leider nur ein Bild da. So, dann haben wir hier noch was vom Rumble Slam. Und zwar wurde wieder Rumble Slam gespielt. Das ist relativ aktuell von vor zwei Tagen. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Die Orks. Der Undertaker. Hat das Vieh hier vorne keinen Kopf? Oder ist das durch die Kamera? Sieht irgendwie eigenartig aus. Kein Kopf oder was, ne? Das könnte aber auch durch die Verzerrung irgendwie von der Kamera verschluckt worden sein. Weil irgendwie sieht die Figur vorne ein bisschen seltsam aus. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Dann gab es ein Full-Trust-Spiel. Also wir spielen relativ viel Full-Trust, wie ihr wisst. Seit ein paar Folgen. Haben wir dieses Jahr wieder mit Full-Trust gestartet. Und so gab es ein Spiel zwischen der ScanFed, also der Skandinavischen Föderation und der UN. Da haben wir die UN. Auch nochmal UN. Das ist wohl nicht gut für die UN ausgegangen. Ja, sehr schön. UN-Schiffe, sehr schön. Auch die Schiffe von der Skandinavischen Föderation sehen sehr, sehr cool aus. Die UN wird gespielt von unserem Mitglied Wintermancer. Da könnt ihr auch mal gucken. Der hat auch einen sehr coolen Kanal für Kerber Space Program. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Und NITÖK hat die Skandinavische Föderation. Bemalt und ich denke auch ins Feld geführt an dem Tag. Steht hier leider nicht, weil die Schiffe werden im Moment auch gerne mal verliehen. An einen neuen Spieler, der noch auf seine Bases wartet. Die wir bei Litgo bestellt haben. Ja, sehr, sehr schön. Na, so langsam hat die Platte aber ganz gut gelitten. Also ganz schöne Kratzer und Lunken drauf auf der alten Mechworld mit Matte. Ja, sehr cool. Sind wir jetzt einmal rum? Dann gab das am Samstag, also vorgestern, 4DK bei uns im Clubraum. Das heißt, das, ich weiß nicht, war das das Crew-Treffen? Nee, ich glaube, das Crew-Treffen war die Woche davor. Das ist jetzt ein normales Spiel gewesen. Wurden Einführungsspiele auch gemacht. Das ist teilweise ganz neue Spieler gewesen. Hier ein paar Bilder, die ich euch nicht vorenthalten will. Sehr nice. Auch dieses Gebäude in der Mitte. Da ist mir echt aufgefallen, als ich so geguckt habe, Mensch, das habe ich das nicht mal im Stream. Das habe ich mal bei einem Mittwochsmalen angemalt. Das Gelände, also das Video, ähm, habe ich auch hochgeladen. Ähm, das haben wir 2017. Das ist also jetzt schon sechs Jahre alt, das arme Gebäude, ne? Ja, also, wie die Zeit rennt, Freunde. So, Black Templars, Chaoten sehe ich. Ich sehe Grey Knights. Ich sehe Ultramarines. Ich sehe Nurgle. Ich sehe Space Wolves. Ist ja alles dabei. Wie diese Space Wolves auf diesen Wölfen kleben. So, diese Neumodschen-Panzer. Alles schon die neuen Figuren, ne? Oh Gott, ich muss unbedingt meinen alten Kram mal wieder Gassi führen. So, aber das sage ich jedes Mal. Und dann sind wir fast schon durch. Hier habe ich nochmal hochgeladen, ähm, die erste Subflotte. Ich bin gerade ein bisschen am Bemalen meiner Full Thrust Flotte, dass die alle so ein bisschen aussehen, um vor allen Dingen die zusammenzustellen, dass das immer so kleine Flottenbestandteile sind, die in sich ganz gut funktionieren. Ähm, das hier ist meine Kampfgruppe Knesebeck. Ähm, wo kommt der Name her? Ähm, ich benenne meine Flotten oder meine Schiffe nach Generälen aus dem Preußischen Reich, also aus Preußen. Und das sind alles Generäle, die damals aktiv waren. Ähm, so, das heißt, dieser, das große Schiff ist dann der Dreadnought Karl Friedrich von dem Knesebeck. Dementsprechend ist das hier die Kampfgruppe Knesebeck. So, davon habe ich nachher vier oder fünf Stück, final. Also eine ganze Menge. Zweite Bild habe ich aber gar nicht hochgeladen. So, das ist nochmal dasselbe, warum auch immer. Und damit haben wir Full Thrust oder die Miniaturen auf der Facebook-Seite schon durch. Und wir gucken mal, ne, warte mal, machen wir schon die Termine? Lass mich überlegen, macht das Sinn? Ja, doch, wir machen das. Und zwar gehen wir mal in die Termine rein für die nächste Woche oder für die kommende Woche oder aktuelle Woche ja diesmal sogar. Wir haben am morgigen Tag, X-Wing steht auf dem Programm, um 18 Uhr geht X-Wing los. Turbo Pupus ist da der Leitende. Ähm, da könnt ihr im Clubraum vorbeischauen, könnt euch X-Wing anschauen und euch beraten lassen, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. So, dann gibt das die Drach-Baschler-Gruppe. Das ist die Gruppe hier, wie ich ja gelernt habe. Immer wenn es mit Drachen zu tun hat, ist es bei mir hier. Um 19 Uhr startet da die DSA-Runde in Lennförden. So, am Mittwoch, dem 1. März, äh, bin ich zum Mittwochsmalen im Clubraum. Also auch da könnt ihr gerne vorbeischauen, eine Runde klönen oder den Pinsel ebenfalls schwingen. Alles, was irgendwie bemalt werden kann, kann da bemalt werden. Oder ihr könnt euch einfach nur den Clubraum einmal angucken. Um 19 Uhr findet dann dort auch die Wechselgruppe statt. Ähm, die spielen halt verschiedene Systeme. Am 3. März, das ist dann der Donnerstag, Nee, das ist der Freitag. Nee, warte mal. Doch, ist der Freitag. Äh, um 18 Uhr startet offiziell das RPG-Wochenende. Da hole ich mal ein bisschen aus. Was ist das RPG-Wochenende? So, das RPG-Wochenende ist mal als DSA-Wochenende sogar gestartet, ganz, ganz früher. Und war ein Zusammenschluss von, ja, ich sag mal, mehreren Gruppen, die dann gesagt haben, wir fahren irgendwo nett in so ein Seminarhaus, mieten uns da ein und zocken eben halt ganz, ich sag mal, ganz intensiv an einem Wochenende, äh, so Abenteuer, die dann auch dementsprechend vorbereitet waren. Ähm, dazu kommt dann der gesellige Part. Man isst zusammen, man trinkt zusammen, man hat Pausen zusammen, abends verbringt man ein bisschen Zeit, wobei natürlich am meisten gespielt wird. Aber das war eine schöne, nette Geschichte. Fing dann irgendwann an, dass wir gesagt haben, wir nehmen andere Rollenspielsysteme mit rein und daraus ist dann das RPG-Wochenende entstanden, so wie es jetzt ist. Nach verschiedenen Locations, also wir waren erst im Haus Wawisch südlich von Hamburg an der Elbe. Danach sind wir nach Quickborn gewechselt in so ein Haus, das der, ich glaub, der Evangelischen Kirche oder so gehört. auf so ein sehr schönes Haus an dem See. Und dann, jetzt sind wir aber durch Vitamin B, weil ein Mitglied dort arbeitet, äh, nach Mözen gekommen. Und das heißt, am Mözener See werden unsere Rollenspieler am Wochenende ihre Zeit vertrödeln und verspaßen, ähm, und werden hoffentlich wieder ein schönes Wochenende haben. So. Dementsprechend, äh, wird dann um die Solduri-Gruppe, die jetzt hier noch eingetragen ist, natürlich ausfallen, weil die Spieler sind alle dort. Und, was hier nicht eingetragen ist, weil es keinen Sinn macht, äh, meine Einer wird sich am Samstag auf den Weg machen, ähm, zur IWA, die IWA Outdoor Classics 2023. Das ist eine der größten, jetzt haltet euch fest, setzt euch hin und nehmt einen Schnappatmungstee zu euch, äh, die, eine der größten Waffenmessen der Welt. Ähm, warum fahr ich da hin? Ich fahr hin wegen Airsoft. So. Und zwar, Airsoft-Hersteller stellen da natürlich auch ihre Produkte aus. Ähm, dementsprechend will ich mich ein bisschen informieren, will ein bisschen mit, äh, Vereinen, mit dem VDB schnacken, will gucken, ein bisschen kontaktisch knüpfen und auch alte Gesichter. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dort, ähm, ich sag mal, auffrischen. Primär geht's aber darum zu gucken, wo entwickelt sich die Branche hin, wo entwickeln sich die Produkte hin und man will da ja ein bisschen up-to-date bleiben. So. Damit haben wir die Woche im Prinzip an Terminen schon quasi durch. Ähm, mal schauen, ob noch was dazukommt. Im Moment ist wieder mal kein Infinity eingetragen. Ähm, wenn ihr Dienstags oder Donnerstags in der Nähe vom Club seid, schaut doch mal rein. Vielleicht sind die Infinity-Spieler da. Ganz wichtig, weil wir das auch im Kanal gerade und in unserem Discord hatten, das Thema, wenn dort das Tor auf ist in Neumünster. Gut, wahrscheinlich schauen dieses Video hier sowieso nur Mitglieder, aber wenn das jemand externes anguckt, der aus Neumünster kommt oder aus Schleswig-Holstein. Wenn das Tor offen ist, keine Scheu, geht da rein, dann ist da auch jemand. Wenn das Tor vorne an der Straße auf ist, wie gesagt, Clubraum, Eendorfer Straße 195 in Neumünster, neben dem Penny-Markt. Ähm, wenn das Tor vorne auf ist, geht da gerne rein, sagt einmal Hallo, guckt euch das an, lasst euch erklären, was wir da machen. Jeder ist immer herzlich willkommen. So. What have we noch? Jo, das war's im Prinzip für diese Woche. Ähm, mehr fällt mir erstmal nicht ein. Nächste Woche werden wir ein bisschen was Aufwendigeres machen. Ich hab da was im Sinn, verrate ich aber noch nicht. Ähm, I have a good idea. Wir werden dann auch ein bisschen Bilder haben von der Eva und ich hoffe auch, dass wir dann am Montag die ersten Bilder haben von dem RPG-Wochenende. Ich werde mal mein Ehefrauchen da mit einer Kamera bewaffnen und die soll mal ein bisschen Bilder knipsen, aber ich denke, ganz viele andere werden auch das eine oder andere Bild posten. Ähm, so dass wir euch da ein bisschen Impressionen zeigen können, einmal vom RPG-Wochenende. und von der Eva in, äh, Nürnberg. So. In diesem Sinne sag ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Montag, wenn es wieder heißt, so DuriTV. Und bis zu dem Tag haltet die Ohren streif und bis dann. Tschü, tschü. Musik 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 Vielen Dank.